Ich habe ein sehr, sehr stabiles Umfeld. Ich bin ein absoluter Familienmensch. Ich glaube, das weiß jeder, der mich kennt und wurde da schon sehr gut aufgefangen. Ich habe natürlich auch hier eine Mannschaft, die auch immer für einen da ist. Ich war ja die meiste Zeit auch hier am Gelände und habe meine Reha-Maßnahmen gemacht. Da ist es schon dann mit dieser Mannschaft gar nicht so schwer, gute Laune trotz einer Verletzung zu haben. Ich wusste schon ein, zwei Tage vor dem Spiel, dass ich wahrscheinlich zum Einsatz kommen werde, auch von Beginn an und habe mich unheimlich auf das Spiel gefreut. Gleich auch mit so einer riesen Herausforderung in Hoffenheim zu starten, war für mich schon sehr, sehr gut. Es war voller Vorfreude und sicherlich beim Einlaufen kommt dann schon die eine oder andere Situation aus den letzten Monaten schon hoch, die auch nicht so ganz einfach war, aber das vergisst man dann. Man freut sich einfach auf das Spiel wieder dabei zu sein, mit dieser Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Es war ein sehr, sehr positives Gefühl, was ich in dem Moment hatte. Dank, mal bitte. Danke, meine Damen und Herren! Ich bin, wenn ich in der Sommerseite. Ich hab in den Sommerseite. Ich bin hiertiere. Ich habe meine Achilles Gedanken gesagt. Ich bin selber. Ich bin selber nachdenken. Vielen Dank.